Hallöchen, mein lieben Balkongärtner. Ich bin's wieder hier von Balkonen und ich wollte mal eine Bestandsaufnahme machen hier bei meinem Tomatenexperiment. Hier, wie ihr im Bild seht, habe ich die selbst gezüchteten Tomatenpflanzen und immer noch weit vorne im Rennen ist auf jeden Fall die Tomatenpflanze hier, die ich mit Wurmhumus gedüngt habe, weil ich gehe davon von der Anzahl der Blüten aus und da habe ich mal nachgezählt, da habe ich ungefähr schon elf Stück dran. Die liegt weit vorne, die Pflanze, also die anderen haben alle nur so fünf, sechs Stück und daran sieht man natürlich auch, welcher Dünger sich da bewährt hat, obwohl ich muss dann auch nochmal hier nachschauen, die hat neun Blüten dran, die habe ich auch mit Wurmhumus gedüngt. Zudem habe ich da noch das Brennnesselpulver reingetan, also das Brennnesselpulver war jetzt sicher nicht ausschlaggebend, aber hat natürlich zu einem gesunden Wachstum geführt auch. Auf jeden Fall, dann schauen wir uns nochmal die hier an, die nächste, da haben wir drei Blüten, fünf Blüten, fünf Blüten dran, und die habe ich mit Wurmhumus, Mensch, Leute, ich habe jetzt alles total verwechselt. Die mit den vielen Blüten hier, das ist die mit Guano-Dünger, also unter dem Video findet ihr natürlich nochmal den Link dazu. Also ja, da bin ich jetzt aber überwältigt, weil, weil anfangs sah es so aus, als würde hier die Pflanze mit dem Wurmhumus das Rennen machen, aber anscheinend hier, die Erde mit den Guano-Dünger zugesetzt, ist hier am stärksten am Wachsen. Ja, dann schauen wir uns mal hier an, welche hier ganz hinten nachhinkt. Das ist auf jeden Fall die hier, da haben wir auch fünf, sechs Blüten dran, aber von der Größe her und vom Volumen nicht besonders arg groß. Das schauen wir auch mal hier gleich da unten rein. Da haben wir draufstehen Kaffeepulver, also die habe ich nur mit Kaffeepulver gedüngt. Und ihr seht, Kaffeepulver ist jetzt nicht so das Allheilmittel, so wie es hier überall versprochen wurde. Dann haben wir hier noch, da haben wir drei Blüten, vier Blüten, vier Blüten dran. Dann schauen wir mal hier, fünf Blüten an dieser Pflanze, die sind auch relativ, ja, gut aus, so im Wachstum auch. Und da schauen wir mal, was wir da gedüngt haben. Ah, da habe ich Schafdünger und Humus. Aber da habe ich wahrscheinlich nicht allzu viel Humus verwendet, sonst wäre die natürlich auch noch etwas stärker gewachsen. Dann schauen wir mal weiter, hier wo am wenigsten dran ist und am schwächsten, da sehe ich hier noch, ja, noch nicht einmal eine Blüte, die offen ist. Und zwar sind schon ein paar dran, das ist hier die mit dem Flüssigdünger hier. Da habe ich zwar auch etwas Humus drin, aber wie ihr seht, gibt es da auf jeden Fall Unterschiede. Man muss aber auch sagen, die habe ich erst drei oder vier Tage später umgetopft. Zwar die gleiche Sorte, aber könnte sein, dass das auch noch einmal eine Rolle gespielt hat. Aber auf jeden Fall seht ihr, ich würde mal sagen, der Gewinner ist hier die Tomatenpflanze mit dem Guano-Dünger. Da würde ich dann für nächstes Jahr, würde ich dann am besten vielleicht Guano-Dünger und Wurmhumus in die Erde mit reinmischen. Und das müsste dann einen extrem guten, ja, Nährboden für die Tomatenpflanze hergeben. Das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr probieren, nächste Gartensaison, aber schaut euch mal diese tolle Tomatenpflanze an. Die ist jetzt wirklich hier richtig groß. Die geht mindestens schon auf über zwei Meter hoch und die bildet hier immer noch Blüten aus. Das liegt hier aber sicherlich auch an der Sorte. Das ist, wie ihr wisst, wenn ihr meine Videos angeschaut habt, das ist die Berner Rosé. Die ist natürlich an unsere Klimazone auch relativ gut angepasst hier. Ihr solltet nämlich auch bei der Auswahl eurer Pflanzen eher darauf achten, dass die Pflanzensorte auch eher was für mitteleuropäische Breitengrade ist und nicht gerade eine ganz südländische Sorte. Die mag es natürlich viel, viel heißer als eine andere Sorte. Also da sieht es wirklich gut aus. Die hat auch schon einige Tomaten hier ausgebildet und jede Menge Blüten, die wächst immer noch sehr gut. Und ja, mit was habe ich da gedüngt, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so genau. Wenn ihr meine Videos nochmal durchschaut, dann könnt ihr ja sicher dazu was finden. Ich würde mal sagen, ich glaube, da habe ich nur Schafswöldünger verwendet. Ja, wie gesagt, Schafswöldünger ist natürlich auch was ganz Spezielles. Sieht gut aus, sage ich mal, oder? Ja, das war es auch schon von mir hier vom Balkon und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann bleibt immer dabei. Und ich bin jetzt auch schon gerade auf der Suche nach einem Garten, den man mieten kann für nächstes Jahr. Ich habe schon fast was gefunden, aber es ist extrem teuer. 100 Euro für 100 Quadratmeter, naja, da muss ich noch ein bisschen verhandeln. Aber wenn das klappt, dann gibt es natürlich super geile Videos nächstes Jahr. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Christian. Ciao. Ciao. Ciao.